Hey und Willkommen zu einer weiteren Folge SVE Ich bin der Aydin Ich bin der Steven Ja, und wir sind in einer Folge 2 Dritten Zu der dritten Folge, ja Du sagst der zweiten Zu einer weiteren hab ich eigentlich gesagt, glaube ich Egal, scheiße Ja, scheiße So, wir sehen uns da im Spiel gegen Dortmund Warum hab ich mit dem gekriegt eigentlich, ne? Sag mir das mal Warum? Warum denn? Weil ich im Torwach Ja, Steven Was hat der vor? Was? Der Ich dachte Der geht jetzt noch Und Tor Komm Hm, vielleicht kommt er jetzt gleich wieder Das Zielwasser ist noch nicht ganz da Sie muss ja nochmal irgendwann kommen, ne? In der zweiten Halbzeit Na Hier wieder in den Posten Und die Mauer eingeschossen einfach Was macht er denn? Hätte ich den Ball jetzt bekommen, ne? Ich hätte so gelacht Wie der das macht Haha Ich hätte Leben vielleicht drücken sollen Ja, komm 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 schon, Steven Nein, Oma Mit seinem Stürmer Oh Oh Wo schießt denn der hin? Steven, Steven, Steven Das hat nichts mit Motivation zu tun Ja, aber das... Das ist halt nichts... Nein, ich sag doch... Ich sag... Ich sag doch... Bah Ah, was... Kein drin Kein drin Kein drin Ich hab zwar 3 gedrückt, aber Aha Okay, Held Oder Glitch, was weiß ich Keine Ahnung Egal, auf jeden Fall hab ich jetzt 200 geworfen Wie heißt... Ich glaub leider ich verliere Ich hab so'n Gefühl Stimmt Das ist ja Barsch Oh, ja man Nächstes Spiel gegen Besiktas Da ist jetzt was komplett blödes passiert Oh mein Gott Der Ridi hat die Aufnahme verkackt Er hat ne falsche Taste gedrückt Und die Taste zum Aufhören Mit dem Aufnehmen hat er einmal gedrückt Ja, auf jeden Fall die Aufnahme ist weg Ja, auf jeden Fall Das war das knäppste Spiel So, wir machen's jetzt einfach so Komm, wir machen einfach die Spielzusammenfassung Hier, das wird man dann sehen Achter, nein Wie konnte sowas passieren bei mir Hier, das 1-0 Wie war das jetzt? Keine Ahnung Dann kam das 1-1 Dann kam das 1-1 Ja, kam das 1-1 Okay 1-1 Oh man Das ist so scheiße Dann kam das 2-1 Ja, Aguero Kurz vor der Halbzeit Dann was Dann hier Übrigens Nein, das sag ich später erst Sag Nein, später erst Damit man's nicht jetzt Hier dann 3-2 Äh, 2-3-1 So 3-1 für mich Ja Dann Es war so spannend Das Beschluss vor allem Ja, dann kam es 2-3 Ja Kam es hier überhaupt Nein Du sagst nicht zu früh Das war nur ne Chance, okay? Okay Ja, hier kam es 3-2 Hier Hier kam es 3-3 Und dann war es so spannend In den letzten Minuten Er hatte so gute Chancen Und dann hat er Ich glaube das war sogar die Chance Das war die Chance? Ja Ja, da ist der Ball So komisch gerollt In der Nachspielzeit war es Eigentlich nicht komisch Aber halt Pfosten vorbei Knapp am Pfosten vorbei Knapp am Pfosten So knapp Mal stopp jetzt gemerkt Oder auch nicht Egal auf jeden Fall Kein Elfmeter Und keine Überraschung Keine Rote oder gelb-rote Karte Sieben Krieg ich dafür Dank Oder Applaus Dort geht es gegen Inter weiter Das wollte ich vielleicht noch dazu sagen Ich hoffe es hat euch gefallen Auf jeden Fall Will ich Zusammen mit dem Sieben Ja Will ich sagen Ciao